Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 367 von Simotrans mit dem PAK 128 German. Ja, wir sind hier unterwegs an diesem Bahnhof gewesen, haben da letztes Mal ganz viel gemacht und da stehen immer noch ganz viele Leute. Wir haben ein paar Züge, ne Busse haben wir da drauf gemacht, ich weiß gar nicht mehr, haben wir Busse drauf gemacht? Ich glaube wir haben Busse drauf gemacht. Müssen wir mal gucken, wo das alles da war und das denke ich mal nach dem Intro schauen wir mal, was da noch weiter nötig ist. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, das ist also der Bahnhof hier, 1500 Leute stehen da und hier war auch noch Post, hat man auch noch gesehen. Wie viel ist denn die Post? Ah, da sehe ich jetzt nichts. Da, 3645. Da von Adenau-Plininger Straße. Adenau-Plininger Straße. Wo ist denn Adenau-Plininger Straße? Rost, Baul, Schild, Gymnasium, Sattler, Jupiter. Da, Plininger Straße, wow. Ja, da müssen wir jetzt ein Postauto da hinschicken, ne? Oder ein Post-Lkw. Und die gibt es ja hier schon, ne? Sollen wir mal den, da ist ein Post-Bus, ne? Wollte einen Lkw haben, der ist doch da auch irgendwo, ne? Das ist die Straßenbahn. Da war doch gerade ein Post-Lkw. Oh, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Schnell Finger weg von WASD. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte den Postwagen. Hier da, so ein 17250 Post geladen, 8 Säcke Adenau. Jetzt ist die Frage, ob da oben überhaupt einer hinfährt, ne? Aber muss ja, sonst würde das hier nicht so sein, ne? Verbindung. Keine. Straße. Fahrzeugliste. Aha, da ist ein Postauto drauf. Und dann ist die Straßenbahn noch da. Das heißt, hier muss ein anderer Lkw noch mit hin. Dann müssen wir jetzt gucken, wie das war da. Nach Radolfzell kommen, zum Depot. Wo ist es? Da ist es. Und dann holen wir uns da einen Lkw, so einen Auflieger. Für einen Cent gespart war der oder der? Der. Ne, der. Und dann kriegen wir einen Anhänger dazu, der unter Busse ist, weil es ein Post-Anhänger ist. Gut. Und dann brauchen wir den auf der Linie SB Adenau Bahnhof Nord. SB Bahnhof Adenau Bahnhof Nord. Und starten wir den. Und diese hier sind schon veraltet, ne? Weißt du was? Den hätten wir mal besser kopiert, ne? Wir nehmen den Bulli da runter. Und schmeißen den auch nochmal da hin. Starten den und den muss dann mal gleich aus. Wenn der leer ist, dann ist der weg. Und dafür haben wir die zwei Lkw draufgesetzt. Das passt dann schon, denke ich mal. Dann ist das hier erstmal zu. Das kann auch zu. Die Linie brauchen wir auch nicht mehr, weil es ist ja geklärt, ne? Ne, das war Radolf Zelt. Da wollen wir nicht mehr gucken. Da wollen wir hier gucken. So, hier nochmal nach den Postgeschichten gucken. Adenau, Starrenweg. Starrenweg. Der ist da. Verbindungen. Stadtbus Adenau Bahnhof Nord. Der fährt da auch hin. Alles klar, dann brauchen wir das nicht drum kümmern. Dann sind die beiden damit unterwegs. Aber wahrscheinlich, ne? Ist das noch zu wenig, die zwei Lkw's dann. Und die dritte Station ist Adenau Kastanienstraße. Wo sind die Kastanien? Walnuss. Copernicus. Mozart, Jupiter, Gnasium. Kastanie ist hier mit. Okay, das müsste dann Kastanie sein, oder? Ja. Wer kommt hier vorbei? Auch der Nord. Also passt das. Vielleicht wird es ja ein bisschen weniger dann. Achso, den habe ich jetzt zugemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, das heißt, die Passagiere sind sowieso nicht so schlimm hier. Und die Busse, äh, die Post ist da schon okay. Da arbeiten wir ja jetzt dran, ne? Jetzt wartet nur Backwaren für den Marktplatz hier. Äh. Kann ich mir das auch anders anzeigen lassen? Via Zielort. Via. Via Menge. So, jetzt haben wir hier 64.000 Paletten. Davon sind 32.000 Südfrüchte. Lkw Südfrüchte. Wo sollen die denn hin, die Südfrüchte? Auch zur Bäckerei hier? War die da mit irgendwie zu Gange? Ne, die ist ja direkt dran. Wo kommen jetzt die Südfrüchte weg, ist die Frage dann. Ne, geh noch mal hier rein. Den Post nicht hier. Adenau Marktplatz. Warte mal, das ist ja hier dran. Irgendwo ist doch hier der Marktplatz. Da ist er, ne? Ja, und das hier ist der Marktplatz selber, ne? Und Südfrüchte sind da keine. Da müssen wir die mal hinbringen, ne? Gut, das bedeutet, da schließen und das hier gucken. Das ist der Marktplatz. Verbindung. Lkw Bäckerei Marktplatz, das ist es hier, ne? Fahrzeugliste, ist das. Super, da könnte ein bisschen mehr drauf dann sein, ne? Würde ich mal sagen. Das bedeutet, wir gehen wieder her zum Depot. Holen uns einen Lkw. Den, mit Anhänger. Das war, Südfrüchte sind auf Paletten, oder? Alles Paletten, Eier auf Paletten. Eier, die Südfrüchte sind auch auf Paletten. Wir können die Südfrüchte ja auch auswählen, ne? Dann haben wir es sicher, dass die transportiert werden, diese hier. 1,34, 1,33. So, das haben wir. Und das muss jetzt auf welche Linie? Wie hieß die? Lkw Bäckerei Marktplatz. Lkw Bäckerei Marktplatz, da. So. Und jetzt, die sind veraltet, die muss dann mal definitiv aus. Ein Lkw schafft wieviel Ladung? Kapazität 26, also können wir ruhig 10 machen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weg sind sie. So, er hat sowieso keine Ladung, können wir gleich ausmustern. Und der kriegt das gleiche Ziel auch ausmustern, aber erst, wenn er Ladung hat. So, das bedeutet... Der kann da hin. Einbeobachten wir mal, was der macht. Das kann zu. Ja, das sind Paletten. Hier sind noch landwirtschaftliche Güter. Das sind alles Paletten. Ja, die werden jetzt auch dann die Eier und sowas transportiert, hoffe ich. Alles zum Marktplatz, ne? Alles gut. Und die landwirtschaftlichen Güter. Verbindung. Mühle Bäckerei. Wo fahren denn die landwirtschaftlichen Güter? Fahrzeugliste. Das ist ja ein Zug, das ist doch Quatsch. Das ist eine direkte... Ne, das bringt uns alle hier nicht weiter. Da unten, warte. Adenau. So, das ist die Stelle. Da kommen die landwirtschaftlichen Güter her. Also, das muss ja heißen, dass das die zweite Linie ist dann. Lkw, Straße. Geflügelhof, das muss ja hier sein dann, oder? Das ist aber ein Bus. Und da ist noch ein kleiner Bus. Ich glaube, den können wir mal hier ausmustern machen. Der ist veraltet und da fahren auch andere Busse drauf. Aber diese Linie ist jetzt hier nicht so, der prickelnde Linie. Lkw, Geflügelhof, Mühle, das muss es dann sein, ne? Fahrzeugliste, ja. Hier sind die Getreide-Lkws alle drauf. Aber einer ist auch ein anderer, der fährt die Eier wahrscheinlich, ne? Ja, dann muss man da mal gerade Getreide auswählen, ne? Ja, wie viel waren das da noch? Was steht denn da noch? Ja, ist ein bisschen. Machen wir auch was. Wie können diese Lkw denn hier fahren? 26 Tonnen, okay. Na, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern dann, ne? Äh, ne, den will ich nicht. Oh, der steht da im Stau. Die kommen da gar nicht raus. Super, hat ja gut geklappt. Da ist jetzt das. Landwirtschaftliche Güter müssen wir machen. Weizen ist zum Beispiel eins. Nehmen wir Weizen. Okay, gibt es einen Anhänger für Weizen? Ja, aber nur so einer. Ach gut, dann sind die so oder so schon veraltet. Oder ne, die sehen nur so ähnlich aus, sind aber andere, ne? MAN ist das gar nicht, oder? Ein Arctros. Ja, der dann mit dem und da sind dann 27 Tonnen, eine mehr. Lkw, Geflügel, Mühle, Geflügel, Mühle, passt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, passt. Und die muss dann mal auswägen, zu alt. Das machen wir weg. Das auch. Die vier sind dann schon raus. Hausmustern. SK für Landwirtschaft, Fahrzeugdetails. Mit der Ladung habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 52 km Referenzgeschwindigkeit für Speedbonus, okay. Ach so, das ist, ändert sich die Zahl, sehe ich gerade, okay. Die muss dann mal jetzt alle aus, außer denen da und die da drunter sind ja neue. Also der ist ja okay. Ich glaube, jetzt haben wir so alle, ne? Sehen wir später. Das sind jetzt 17 Lkw's und der Rest fährt. So, das haben wir auch geschafft. Dann ist der Weizen unterwegs, die Gerste ist unterwegs, die Paletten sind unterwegs. Hier sind noch mehr Paletten, die unterwegs sind. Und dann sind noch mehr Backwaren unterwegs. Aber das ist nur so und so viel. 64.000 warten nur. Post hatten wir angeguckt und Personen fahren eigentlich auch. Personen sind sogar relativ gut. Würde ich sagen, das ist erstmal gut. Wer fährt hier? Der Eweco-Zug, den, ach so, den wollen wir mal gucken, was der hier durch die Gegend bringt, ne? Ach guck mal, der fährt genauso schnell wie die Straßenbahn. Lkw Bäckerei. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben beim Depot, ging ja da unten was nicht. Ach, hier geht ja auch was nicht, oder sehe ich das falsch? Okay, die kommen jetzt hier alle an. Wo sind wir denn jetzt hier beim Depot? Ah, sind wir sogar. Aber die rollen ja, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, dass die jetzt alle rauskommen. Und dann fahren die auch weg. Hm. Das können wir jetzt mal zumachen. Was mit dem? Bäckerei Marktplatz. Hier sind nur noch zwei, die entladen müssen und dann fliegen die auch weg. Hier sehe ich jetzt kein Ladegut bei denen, ne? Der erste steht schon mal da, also, ich weiß nicht, ob das der erste ist, aber in diesem Städtchen ist ein bisschen viel los, ne? Okay, was geht hier jetzt ab? Nix. Ab und zu fährt mal einer. Das ist der neue, Lkw, Geflügelhof, Mühle, ja, passt. Ja, die fahren ja erstmal, das ist ja schon mal gut. Machen wir, ne, B war es nicht. Machen wir mal V, dann sieht das ein bisschen besser hier aus. Hier ist wieder alles überfüllt. Na, das wollte ich jetzt nicht. Äh, der steht irgendwo, der steht auch irgendwo, die Fahnen, glaube ich. Wo stehen denn die beiden jetzt hier noch? Es ist nur noch einer. Okay, das ist der hier. Ah, der fährt jetzt wohin zur Bäckerei, Großbäckerei, genau. Dann ist er ja gleich schon am Ziel und dann ist der auch weg. Dann ist der hier weg. Wenn er da jetzt ankommt, ist der hier weg, oder? Äh, der hat geladen. Shit. Jetzt fährt er doch noch runter, weil nicht ausmustern gedrückt war, ne? Egal. Okay, er hat hier auf jeden Fall Ladung. Steht hier. 6 Eier und 20 Sudfrüchte, wunderbar, passt. Und der hier, wo ist er? Der ist auch da irgendwo. Passt auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so einen hier mal finden. Ah, der ist schon unterwegs nach hier oben. Das ist auch gut. Und da müssen wir bestimmt mal nach einer Abdeckung doch noch mal gucken. Hier siehst du, da ist schon wieder einer draußen. Da kann man schon wieder was erweitern, ne? Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wer es nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Überhaut macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer es nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.